Wann immer? Na 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 nama na 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 na... anta, na na na... Krödelk nicht... Krödelk nicht! Joelle, er habe... Mama... Mama macht den Tart. Ja, sieh immer durch Gasthausloh mol geholt... Köln Mieter 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 Akkakies und die Kumpel Führung haupt wie viel du musst ich war ja gar nicht Ihr habt es mit deinem feinen Tröpfchen gewischt, wie heute gewischt. Bester Sonnentröpfchen... Bester Sonnentröpfchen. Und... Okay, wir kommen hin, oder was? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das ist mir... Weil, ich bin zu Smelt, What the... Smelten like the Pins. oder Team Spirit, ich kann wieder bestimmt. Smelten like a team, oh, jetzt aber schlecht. Wow, es ist ein smelt. Das ist... Smelten like a team Spirit. Mit Gungi... Ich brauche einen smalte. 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 Alles smalte. Das ist für Kurbaner, nicht Nirvana. Kurbaner. Ich brauche das Risch gesagt. Jetzt können wir hier noch ein Wattstein herstellen. Ich brauche einen Schwenkdokot. Ich brauche einen Schwenkdokot. Ja, da geht auch leider dazu. Wollt ihr Blutelf gesehen? Dann machen wir ihn doch Rischlach. Nicht so halb und hart wie so Rischlach. Oh nein. Ja, wenn wir ihn noch hinfahren. Dann geht Luzi ab. Dann können wir Bronze Sachen herstellen. Warte mal für die graue Steine. Oh! Dann können wir auch schon Bruniersteine herstellen. Ich warte noch bis die Ziele durchziehen. Dann können wir sie nach meinem Dachbaulehrer schon. Die nächste Stufe lehren. Passt. Dann können wir auch wieder nach dem Dachbaulehrer sein. Ich habe noch den Dachbaulehrer schon auf 50. Vielleicht 50. Zicke 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 zicke. What the fuck! Dann geht der Mission durch. Tot allen Klingonbrötchen. Zicke 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 zicke. Au, au, au. Zicke 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 zicke. What the fuck! ähm ähm ja wie sprach ich mit Frau Wetzstein ähm ähm alles erstellt wir stellen die Lommel ganz hier so sprach man ist nicht ähm und dems wir stellen wir stellen nicht mehr Stress wie zu trinken ja oh mein, let's play ähm weil ich schon keine Pause mit zu tun weil ich schon keine Pause mit zu tun ja und ähm wenn du ja schon erklärt musst du vielleicht wie dich dich machen ganz einfach weil ich dann dadurch mein ähm mein Waffe schärfen kann eigentlich kein kein Sinn hat an dem Niveau bei weitem nicht überhaupt nicht aber ja ähm ich kann ja nun tatsächlich gute Videos gehen kann ich ja nur Sachen herstellen respektive leeren wo ich ähm ja meine Kästchen vielleicht brauche oder vielleicht auch besser Sachen kommt mal ja ja hier ist der Minister hier ist der Minister hier ist der Minister G'sida rauer kann ich sagen ich weiß ja schon mal ich weiß ja schon mal ich fährt hier rau gestanden das 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 hatte noch lebeige noch Schaden und Schaden Töpfe sind die gut nur Töpfe Also was können wir jetzt hier stellen Neues? Ein Kettenöse! Also da können wir also ein Kettenöse hier stellen. Um auch sicher, ob es gut ist, dann kann ich aber nicht viel hier stellen. Ja, Waffen. Waffen sind eigentlich interessiert, muss ich auch nicht sagen. Wann ist denn echt, ob Rüstung spezialisiert? Ähm... Jetzt machen wir dann noch 5 Stück. Die Kettenöse machen wir mal bei. Sieh da. Da können wir tatsächlich noch Freude machen, bis ob... Wenn wir noch 6 Stück, bis es verjetzt ist. Da geht es in die Kettenöse. Oder? Ah, ne. Wie sie, das klappt schon immer richtig. Das weh. Ah, das war ein Glück ins Klü war das. Ah, ich muss es noch... Einen hier stellen. Ne. Ne. Bitte, komm, die Ficktersch. Okay, merci. Bloß sie kriegen. Achter, du kannst halt von... Ab's neues Leben. Was sag ich's da? Bewahrt euren Stolz. Ah, ja. Bewahrt euren Stolz durch. Äh... Ne, die Rest, äh... Tatsachlich für... Eventuell ziehen können draus zu machen. Äh... Und... Ich brauche tatsächlich eh nur, wo wir können heu verkaufen. Das was du kannst. To, verkaufen wir die Dutten alle. Weil wir brauchen sie. Eigentlich nicht. Wie sieht, heu verkaufen wir alles. Wo wir tatsächlich eigentlich ja ähm... Gringsachen hier stellen. Dann können wir... Tatsachlich... Das verzauber... Äh... Entzauberlosen... Von... Ähm... Verzauberter... Kunstminister... Meister. Kann man das tatsächlich entzauberlosen? Die finsteren Zeiten werden... Komm, 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 komm. Äh... Kann man das tatsächlich entzauberlosen? Äh, könnte man das tatsächlich entzauberlosen? Brauchen wir hier noch nichts. Wie sieht... Wie ihr gesehen, tut ihm wohl ein bisschen tatsächlich alles nicht mehr aufgeholt. Ähm... Ich schau mal eigentlich hin, ich mach manchmal äh... Kaffeebarern, die ich verstanden mit Eva. Und halt mit dem Mundpitz und dem Schrott. Und wir werden mal weiter. So fährt ich wahrscheinlich schon... Ähm... Ich guck, ob ich das offline oder online mache. Ich hab hier schon jetzt Play. Für alles halt gut, alles zu stecken. Und zu gut, ähm... Zu stecken. Aber... Ja, das ist ja... Ja, das stimmt! Ja, das stimmt! Achtungst du hier war... Die Leute, ähm, äh... Sind wir schon mal? Lass uns die, die ich habe. Wann ist das! anna ja schon bleibt wachsam ja die brauche komisch komisch vor ich mich unsere feinde werden fallen unsere feinde werden fallen riege 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 riege